Hey, guten Morgen. Morgen? Ähm, es ist Abend. Ja, sorry. Ich bin immer noch in Morgensstimmung. Ja, das kann ich dir glauben. Naja, wie dem auch sei, ich wollte euch noch meine neue Salve zeigen. Hier, das ist sie. Wow, die ist ja mal echt schick. Ähm, braun? Schick? Ähm, ich weiß nicht so ganz. Und, naja, wie dem auch sei, sie ist nützlich und das ist okay. Und außerdem, also, falls ihr noch nicht wisst, wie das geht, man schmiert die Salve, wenn ein Pferd eine Verletzung hat oder irgendein anderes Tier, schmiert man das auf die betroffene Stelle und dann kommt der Verband rum und dann ist es so wie ein Desinfektionsmittel. Ah, okay, interessant. Ähm, ja, aber, ähm, wollen wir mal wieder die Pferde bewegen? Ja, können wir machen. Okay, dann tue ich meine Salve mal wieder meinen Arztkoffer. Kann ich wieder Maggie benutzen? Ja, kannst du gerne machen. Ich nimm dann Sky. Und ich nimm Hanni. Oh Gott, wo bleiben die denn? Na ja, ein bisschen Warnreiten schadet ja nie. So, ich bin jetzt auch da, nur ich hab's doch nicht mehr genommen. Oh, Snow Angel. Ja, sie ist auch ein tolles Pferd. Das kannst du laut sagen. Oh mein Gott, endlich. Das wurde ja auch mal Zeit. Ja, sorry. Er war heute ein bisschen schwer. Nach circa 30 Minuten So, Leute, ich finde, wir sollten jetzt mal die Pferde wieder reinbringen. Ja, finde ich auch. So, Leute, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und ich würde nochmal sagen, morgen ist nichts Besonderes drin, sag ich jetzt mal. Deshalb gibt es wahrscheinlich ein Hofumbau. Also seid schon mal gespannt. Und ja, dann würde ich sagen, bis morgen. Bye. Bye.